Musik Pass auf Neville, ich verzauber dich jetzt! Abra Kadabra, Simsalabim! Hat nicht geklappt! Hasta la vista, Baby! Was versucht der Kerl da jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er versucht Neville umzuwählen. Cool, ist Neville jetzt tot? So wie es riecht, ja! Oh, scheiße! Krieg! Ich bin mir nicht so weit! Ich bin mir nicht so weit! Ich bin mir nicht so weit! Darf ich die Zeitung haben? Klar, ich verstehe die sowieso nicht. Was ist das denn? Ach man, Neville lebt ja noch. Davon habe ich schon mal gehört. Das ist ein Plastiksaal aus der Kellogg's Packung, du Wichser. Ja, aber warum schickt mir meine Oma denn so einen Scheiß? Weil du scheiße bist. Ey, guck mal, was in den Kontaktanzeigen steht. Ich lese mal eben vor. Aber schüchterne kleine Mieze mit pudeligen Haaren sucht sensiblen Mann für gemeinsame romantische Stunden. Alle halten mich für eine Lesbe, aber das stimmt nicht. Gezeichnet HG. Sau erbärmlich, ne? Ja, erbärmlich. Guten Tag, Kinder. Guten Tag, Madame Bouch. Guten Tag, Amanda. Guten Tag. Wer zum Teufel ist Amanda? Das ich auch nicht. Herzlich willkommen zu eurer ersten Quidditch-Stunde. Stellt euch links neben dem Besen, hebt die rechte Hand und sagt auf. Okay, was meinst du jetzt den Besen hier ist? Für Linkshänder geht das natürlich andersrum. Fuah. Seit wann bist du denn Linkshänder? Wow. Auf. So weit, dicker Besen. Auf. Auf. Macht mal hinne. Auf. 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 Ich sagte auf. Auf. Oh, der Besen hat mir das Nasenbein ins Gehirn gerammt. Jetzt musst du wohl sterben. Halt die Kloppe. So, dann wollen wir mal sehen, ob ihr damit auch umgehen könnt. Setzt euch mal auf eure Besen und klemmt den Stiel zwischen eure Arschbacken. Ein paar von euch müssten damit ja schon Erfahrung haben. Seid nicht so zimperlich. Das würde euch in dieser Schule noch sehr oft passieren. Alles klar. Wenn ich pfeife, stoßt ihr euch vom Boden ab und fliegt weg. Auf meinen Pfiff. Eins. Zwei. Oh Gott. Oh Gott. Wieso fliegt nur Level alleine? Ich hab doch gesagt, die sollen alle wegfahren. Ich weiß auch nicht. Wo fliegst du hin, du Idiot? Level. Level. Bleib stehen. Scheiße. Aus ihm weg. Cool, ist Neville jetzt tot? Och, bist du hingefallen, Kleiner? Er lebt ja noch. Oh je, eine gebrochene Hand. Oh, ein Ball aus der Kellogs-Packung. Aus Plastik. So, während ich Neville in den Krankenflügel bringe, bleibt ihr alle auf dem Boden. Wie auch nur einer von euch fliegt los. Wenn ihr losfliegt, dann hol ich meine Schrotflinte und knall euch ab. Ah, guck mal, was ich gefunden hab. Ein Ball. Aus Plastik. Cool. Jetzt wartet mal noch nicht. Was ist denn dann passiert? Also, ich hab Draco den Ball weggenommen und jetzt gehört er mir. Ach, damit spielst du im Unterricht immer in deiner Hose. Äh, ja, mit dem Ball. Harry, was ist das? Keine Ahnung. Hermine, was ist das? Vielleicht ist es noch nicht bemerkt, dass du Wichser. Hopp ist ein magischer Ort und sich bewegende Treppen sind vollkommen normal. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber lass uns mal hier lang gehen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich mit euch mitgehe. Wow. Das riecht hier wie bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause riecht es nach Katzenpisse. Ja, aber auch nach anderer Pisse. Du kannst verschiedene Pissesorten unterscheiden? Äh, ja. Ich habe nichts vergett. Ich habe nichts vergett. Ich habe nichts vergett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie geht nicht auf. Die Katze will bestimmt gestreichelt werden. Geh mal beiseite. Hallo, Mora. Schnell. Ich bin hochgradig allergisch gegen Katzen. Weißt du, was passiert, wenn Katzenhaare meine Haut berühren? Das ist die Hölle. Hast du jemanden aufgespürt, meine kleine Pussi? Nein, gib mir Viskus. Schon wieder zwei Euro. Wie soll ich mir das denn leisten? Scheißweiber. Meine Güte, ich hasse Pussis. Und ich erst. Wow, ich glaube, ich sehe doppelt. Sechs Köpfe. Oh mein Gott. Ein Glück, dass die Moschel Tür den Hund aufgehalten hat. Oh Mann, ich weiß echt nicht, was schlimmer ist. Der Hund oder die Katze. Der Hund. Also für mich ist es eindeutig die Katze. Die Haare kriegst du nie wieder aus der Kleidung raus. Aber ich meine, der Hund, der war doch auch ziemlich, ich meine, er hatte drei Köpfe. Das finde ich ziemlich paranormal. War noch sechs, oder? Du weißt doch gar nicht, was paranormal bedeutet. Äh, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wenn Ron sagt, dass er das weiß, dann weiß er das, okay? Ja, ist klar. Der weiß ja nicht mal, was Isopropil-Prophimier-Barbitur-Saurus-Venil-Demethyl-Aminoferat zu Lohn ist. Und das weiß ja nur jeder. Der kann sich ja nicht mal selber ein Brot schmieren. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr Wichser. Ich wette, morgen hängt sie wieder mit uns rum. Ja. Ein paar von euch müssten damit ja schon Erfahrung haben. Okay. Kleiner Scherz von mir. Jetzt. Ja, ich kann auch mal lustig sein.